Gedenkmarsch anlässlich der rassistischen Ausschreitungen. Gestern in Rostock. Demonstranten aus der ganzen Republik sind gekommen. Manch Anwohner denkt allerdings weiter strammdeutsch und zeigt es auch. Gastfreundschaft sieht anders aus. Kurze Frage, wie finden Sie das denn, diese Demonstration? Bitte? Ich hab's hier nicht verstanden. Er sagt dazu alles. Ich sag dazu alles. Warum denn? Abflug. Mach die scheiß Kamera aus. Gut, wir wollen da nochmal fragen. Ich will so'n Scheiß nix sagen hier. Ich will einfach nur weiter und gut ist. Bitte? Ich will einfach nur weiter und gut ist. Also Abflug. Jetzt wohnen Sie hier in der Gegend. Ist man da auch ein bisschen stigmatisiert durch das, was vor 20 Jahren passiert ist? Nein. So, jetzt ist Schluss. Komm. Ab. Wie finden Sie denn diese Demonstration hier? Heute drehen wir das. Kein Kommentar. Kein Kommentar? Kein Kommentar. Warum nicht? Gehen Sie bitte weiter. Wie finden Sie denn diese Demonstration? Ich hab kein Kommentar. Das war dazu nix. Warum nicht? Einfach so, weil's so ist. Die Polizei vor Ort tut, was sie am besten kann und sieht zu. Friedlich zieht der Protestmarsch zum Sonnenblumenhaus. Dem Ziel des mordlüsternen Haufens vor 20 Jahren. Kurzzeitig brennt ein Müllcontainer. Angezündet von wem auch immer. Demonstranten greifen beherzt ein und löschen das Störfeuer. Um's Eck ragt schon ein frisch gepflanzter Mahnbaum in den Himmel. Deutsche Eiche musste es sein. Beschützt wird sie von Polizisten. Sicher ist sicher. Warum stehen Sie denn so weit abseits von allen? Was machen Sie denn hier? Ich pass mal auf, dass der Deutschen Eiche doch nichts passiert. Das ist nicht lustig, das ist ernst gemeint. Gab's da schon Versuche, dass die gefällt wird? Ansonsten herrscht eher Ratlosigkeit. Alle weiteren Auskünfte können Sie bei unseren Sachverhaltigkeitsarbeit erfahren. Mehr wissen wir auch nicht. Ein Baum gegen Fremdenhass. Etwas spärlich, um Rostock-Lichtenhagen in einen gastfreundlichen Ort zu verwandeln.